um die jahre leute dann erzielt er hat auch da werden bei gröer teckel leidens und machte sind gut juhu muss ich mal wieder teckel die hat der wache hier weiter und so ein mega facken schild fachschild projekte er hat sich so auch mit dem und hier den mussten und ist jetzt text es nicht um die jüdiger wir haben aber wir doch ein juju wetter weil der markt ist alle verballert hat schon nein ich hab sie sind wir doch aber es ist eine juju wetter im winter so ich glaube wir sind echt viele verlegt über wieder keine reine ja ihr den dings er ja genau da warst du du ein lappen mal da machte erst mal ein speck das soll erst ein bisschen reicher sind jetzt ein zettel wir wollten die große winter berichten ja du wirst hochgekleidung du kannst hier klein sagen dafür brauchst du weniger blöcke groß wenn sie schon so fragt groß was für wackel im unternehmen und wenn du noch mal fragt größer das gefühl wir wissen bei juju produziert der wackel der red das ist das nächste projekt ich muss eine zweite punkten anschließen in meter wir haben doch jetzt gleich hier so m also 30 mv solar panels auch noch die bringen einiges saft ja also gut aber auch noch war ziemlich gut was ich sage dann helfe ich dir dann bei der energie wird sparen weil wir müssen das ja erstmal umwandeln dann wieder zurück wandeln warum aber es ist nichts von dem haus runterkriegen von der windmühle klimas und zählen über ein kabel durch die dritte mit mir war dann schon wieder ein creeper im haus aber der ist im haus gespawnt woher das kann ich sagen doch der kam aus dem haus raus weil die türen waren zu ich war nicht dafür dass zumal das sind aufgespringen wurde also ich habe aus dem haus raus digger wie gesagt ich habe es nicht weil ich nicht hell genug so jetzt hell genug muss der hell genug sein jetzt ich habe jetzt noch ein paar kaktus gesammelt ein bisschen das gesammelt ein bisschen das und das und das war auch nicht das brauche ich nicht das brauche nicht wo ich muss ja weißt du was ich jetzt muss ich brauchen ich brauche ich brauche plan wie genau zu halten ja dann kannst du mir kurz helfen nein ich kann dir helfen werde ich die rs gebaut habe weil das wird jetzt mega viel arbeit gut aber es ist immer gut arbeit macht glücklich so gut das heißt wir nehmen jetzt genau ich habe in der letzten folge schon ein bisschen vorgearbeitet habe gesagt ich habe ein bisschen vorgegeben die 256 generatoren die schon mal gekraftet hat der der kürzelt der raktoren kreuzelt 6 die kinder wird ja aber wir haben doch nicht der kitznägen sagt jetzt daneben und da oben muss kohle das und klas hände also wenn ihr wollt das höchste ist höchste ja aber über die brauchen wir noch nicht noch nicht so das heißt die der letzte zack und da reicht die wüsse sei es nicht so leichter als nicht mehr die wüsse sei viel zu klein das heißt wir gehen hierher jetzt brauchen wir elektronik sagt jetzt ist richtig kacke die wüste körper käbel wie fein der eiligen letzt da und redzt da und körper käbel körper käbel hatte die linie nix ja wie schreibt mir jetzt elektronik in einer red ht hier sich wir brauchen berriere die fahrt zwar einiges wer doch knapp 200 naja sind nix haben wir dabei bist es wenn wir sogar die genug eisen digger auch mal Dinge in den in den Ofen die ist das kaktus Zeugs haben wir irgendwo eine andere wüste kaktus zeug die järfe die wüsse ist behindert weil da hinten kommt da auf in der der abgültig teppel bis bieter hey du willst mir oder eben wohl gott sei aber die heutige weiter ihr wollt doch ihr wollt doch in den wüsten der entgegen was jetzt alle ihr seid zu bieten wird gesagt wir sind schon geworden nicht so jahre machen wenn viele Worte nirgf 6 wüste nehmen auch wüste reihe hätte ich hätte wüste gesagt werden also sie sind unförmig muss feiter werden das Ding muss feiter und nicht groß unsere quer ist auch gar wieder gut rutschlafen an es gefällt mir das wird spaßig aber ich glaube ich muss noch ein bisschen Eisen craften weil wir haben einiges Eisen zu wenig oh da ist gleich ein Tempel glaube ich sogar super wir haben gleich das Projekt beendet ja das ist unser Dingstempel gewesen dieser Schrott Tempel dann kann sie abbauen hast wo sie stehen ja den baust du auf jeden Fall ab das war schon bei YouTube Redstone Ding Redstone ist auch gut mit David Redstone Schaltung Redstone Redstone Kiste Redstone ist wichtig die Kiste glaube ich habe ich schon mal gerappt ja sie ist leer ja ich war der Tempel ach keine Falle bauen schon leer ja hat er doch gerade gesagt ich war jetzt trotzdem nachgucken sicher sicher so noch zum abbauen erstmals abbauen alter ich weiß gar nicht wie groß das LG TV das wird gigantisch wisst ihr das oh das ist noch Pfeil hier drin was was brauche ich jetzt das circuits da haben wir null mehr das ist natürlich jetzt richtig ach da haben wir null mehr weil wir Refight Iron brauchen ja gut dann mach halt was ja gut dann mach halt was ich kann irgendwie Iron craft nicht Juju Meta ja wahrscheinlich ja nicht wahrscheinlich auf jeden Fall also ich hab jetzt hm fuck ich das braucht viel mehr ich brauch viel mehr ähm wir brauchen mehr Schafes wie mach ich Schafe mehr wie verwendet man Schafe also mit Prozent Weizen glaube ich wie heißt Weizen alle kommen oder so bei Krüchbos einfach mal machen einfach ab ja wie er da man höre kurzer locker kurz vorm Verweck gehen also mal ob es nicht ich bin er muss er wird sich hin also ne oh mein Ding ist leer nein du kannst aus Juju Meta Juju Meta keine Eisenwache nicht nein wir brauchen mehr Schafe über mich aus Obsidian Eiswache du kannst dir redig aus Klee Eisenwache aus Gold kannst du Eisenwache auch muss ich die ganze Zeit zu klatschen heute halt mitdenken boah Alter der Weg ist noch üblich lang haben wir Clay da oder Obsidian dann kannst du irgendwo bei mir schon so ein elektrisches Ding aufbauen und wenn die Kurve auf Lava stößt kannst du die nicht selber bauen äh nein 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 Markus du siehst es von hier aus das ist richtig geil Obsidian wir haben kein Obsidian ich habe mir erst so ein Mist und Ding gebaut das letzte Mal genau das war ja mein Problem dass ich nicht wusste mich an Eis reinkommen ah ich glaube Iron Orkont aus Juju Wache oder ich muss ein bisschen kürzer das Schiemen ein bisschen kürzer und dann noch beleuchtet Alter das wird zu fällt Alter das ist aber schon heftig wir würden für eine Eisende für eine Eisende würden wir vier fünf Juju äh für vier Eisen würden wir fünf Juju brauchen das ist schon heftig glaube ich machen wir nicht oder komm jetzt nochmal komm jetzt nochmal lass ich mal laden und rennen mal rüber in rüber in Dings Markus wie findest du das äh Sven guck mal guck mal so an den Himmel hoch ja wo kann man jetzt eine Sache auf Leerloch Leerloch weil der Schaffer wo ist der Himmel was weißt du was ist hier grad hier rüber zu gucken so rüber ich kann nicht fliegen ja ja pass geil ah das finde ich richtig geil wo kann man jetzt hier seine Sache auf Leerloch wo kann man jetzt hier seine Sache auf Leerloch was zum einen Gläser er hätte wirklich die ganzen Schöne gehabt Leerloch Leerloch Höhle wie der Diener und Arschleck stimmt die Krühe Kaktus da haben wir noch grün Wolle auch das so ich schau mal dass ich Alter warum steht hier Monster in Lädervorteil das finde ich unkoll weil es alles Kaktusgrün was wir gehabt haben aber ich habe keinen Kampf zu schuld ich bin erpiss dich mal wir brauchen mehr Kaktusse dann geht doch in den Scheiß Wüste da hinten so welche voll viele wo ich bin ich habe sie schon gefahren das dauert zu lang hä nein die sind schon fast alle gewachsen das sind auch voll viele keine große ich muss ja welche ich muss ja eine Farm bauen irgendwas bei mir sind auch voll viele man ja ja geht doch ja geht doch ich bin mal wieder im Neto und suche ein bisschen nach OOS ja weil die Neto OOS bringen einfach mehr und explodieren immer so cool und dann das ist auch nichts naja oh das war nicht gut wenn du sterbst bist du tot ne ja echt ach hätte ich jetzt nicht erwartet das ist das erfährt er mich ich habe mich eingebaut alles sachen liege dem loch trennen aber das ist leider über dem da was sie er ich große sei du weißt du mich nicht wo die sind er wurde zettbekannten wieder auf eine wüste form die welt schädig und irgendwas zu machen du bist leider wieder zurück endlich ich bin direkt vom haus richtig schön doch mal verreckt hier ums an doch ein gespringter lappen ja ich bin in die lava getroppt du bist weil ich nur in der luft fangen wollte und zu spät gebremst auf ja ich habe zum glück der freund ich hoffe dein chat pack hat genug ladung ja das ist voll weil der luft runterfall ich habe es extra aufgeladen eben noch für mich wir brauchen ich für alles eine farm das ist brutal hierhin ja für ja für hast du stein steinbrauchen was ist nehm scheißgefickten wüste alter ja was wird bis ich bis ich fertig bin dann ist genug nix mehr das ding braucht ewig viel so ich würde sagen das was dann glaube ich auch schon mit der folge ja ich gehe doch mal ganz schnell zurück und geputert seine sachen wieder nach der ich jetzt hier ja ich hätte ich hole sie beim nächsten mal ab ja auch also weil ich zu weit weg bin ich habe schon wieder blieb mit den ender werden angefangen ich habe mich wieder gebrannt wenn du mein tschiff verliebt eigentlich bin ich wieder direkt am portal aber ich hätte quasi ich werde was die vom portail fast verweckt noch so was ich habe ich vorher gefangen habe aber das ist denn wieder aus war keine ahnung von kraft back liegt nicht am server das wird man die java pro Prozent java programmierung ja Leute ich würde sagen an der Stelle was es dann auch von mir ist was ich die nächsten folgen werde und zwar vergeblich nach eisen suchen wahrscheinlich weil jetzt haben wir wieder 28 stück bekommen ich benötige aber doch damit noch mal 28 dann haben wir es ja schon fast jetzt haben sie wirklich bald geschafft so schlimm scheint ja dann die lage doch gar nicht mehr zu sein wobei nein stopp hier liegen auch noch mal einer drin das heißt wir brauchen noch mal 30 egal aber 30 iron könnte sogar sein dass die query uns bis zum nächsten mal schon gebracht hat da würde ich sagen so einige wer aufnimmt er hat jetzt einige auf die dich weiß wer auf der dritte da würde ich sagen ich sehe was für die stadt sehr gut es zu holen Tschau.